Herzlich Willkommen zu einem weiteren FM22 Video. Heute gibt es mal wieder einen Manager Check. Heute machen wir es allerdings ein bisschen anders, denn wir haben einen Save, der tatsächlich richtig gut läuft und werden dementsprechend jetzt uns auch Saves angucken, die keine Probleme haben, sondern im Gegenteil, wo wir eben gucken können, wie der ein oder andere ein paar Sachen gelöst hat und dann werden wir auch diese Saves bewerten und am Ende eben gucken, welcher der Saves, die mir zugeschickt wurden, im FM22 der beste war. Ja und heute geht es in die Niederlande zu Fionort Rotterdam, der Jakob hat mir seinen Save zugeschickt und wir schauen uns als allererstes die Transferchronik an, wir schauen eben, was für Transfers hat er getätigt und vor allem, wie hat er auf dem Transfermarkt gearbeitet und da muss man sagen, dass er wirklich gut gearbeitet hat, was zumindestens mal die finanzielle Situation angeht, weil er hat tatsächlich hier extrem viele Jahre ein Transferplus, ein gutes Transferplus erwirtschaftet, insgesamt auf jeden Fall mit einem großen Plus hier aus dem Transfermarkt bis jetzt rausgegangen. Im ersten Jahr war es noch ein Minus von 100.000 Euro, da war es also Plus Minus Null, aber dann kam eben eine Serie von fünf Jahren, wo er einen Transferplus erwirtschaftet hat. Er hat dann hier im Jahr 2027, 2028 ordentlich Geld in die Hand genommen, hat aber, meine ich, auch in dem Jahr danach dann die Meisterschaft geholt, also dann wird sich das auf jeden Fall auch gelohnt haben, im letzten Jahr hat er auch nochmal ein kleines Transferplus gemacht. Wir gehen aber jetzt genau rein und schauen uns, was er eben da alles gemacht hat und man sieht auf jeden Fall, dass er mit ganz, ganz vielen Talenten gearbeitet hat, das ist auch in der Niederlande sehr empfehlenswert bei so einem Verein wie Fionort Rotterdam. Er hat hier einen einzigen Spieler in der ersten Saison gekauft, also da wirklich nicht viel gemacht, aber das war ein Spieler, der sich auf jeden Fall gelohnt hat, hat jetzt einen Wert von 55 bis 66 Millionen Euro. Wir schauen natürlich später dann auch, für welchen Preis der am Ende verkauft wurde, ob er da auch ein gutes Transferplus gemacht hat, aber ich gehe mal davon aus, dass er den Spieler jetzt nicht mit Verlust verkauft hat. Abgegeben hat er hier dafür ein paar Spieler mehr, aber die meisten Spieler waren tatsächlich Spieler, die jetzt nicht wirklich zur ersten Mannschaft gehört haben. Ein Spieler wurde für 1,8 Millionen Euro zu Düsseldorf verkauft, denke ich, ist aber kein schwerer Verlust gewesen. Insgesamt sind die Verkäufe hier nicht so interessant gewesen, die besten Spieler hat auf jeden Fall gehalten. Im Jahr danach ist auf jeden Fall deutlich mehr dann auch passiert, man hat auch Spieler im Wert von 46 Millionen Euro eingekauft. Viele Spieler, die mal wieder jung und talentiert waren, abgegeben hat man auch Spieler für 59 Millionen Euro, also hier das erste Transferplus eben erwirtschaftet. Und wir gucken uns die Spieler hier ganz kurz mal an. Willard Zwettberg, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie alt die zu dem Zeitpunkt des Einkaufs waren, aber das hier war auf jeden Fall ein sehr, sehr junger Spieler. Zu dem Zeitpunkt hat jetzt eine Marktwert von 61 bis 87, 80 Millionen Euro. Also da sieht man eben genau, was die Philosophie war. Junge Spieler, junge talentierte Spieler verpflichten und dann eben mit einem guten Gewinn verkaufen. Auch der Spieler hier bei 34 bis 38 Millionen Euro. Also da der auf jeden Fall auch gutes Scouting betrieben wird, mit Sicherheit überall geschaut haben, wo er eben die passenden Talente findet, damit er eben hier solche Spieler auch findet und die Spieler am Ende weiterverkaufen kann. Wir haben jetzt hier noch jemand von Barcelona 2, den gucken wir uns auch nochmal an. Hat momentan einen Marktwert von mindestens 56 Millionen Euro, also der ist momentan durchgestrichen. Das war wahrscheinlich der Preis, für den er dann in der Saison hier gegangen ist. Auf jeden Fall auch ein sehr vernünftiger Außenverteiger, Linksverteiger sowieso generell, sehr rar. Von daher mit Sicherheit auch eine gute Verpflichtung. Vor allem auch Nelson Reis, ein Spieler, den er ablösefrei bekommen hat. Und Yusuf Demir ist für 13,25 Millionen Euro zu ihm gewechselt. Er hat jetzt auch einen deutlich höheren Marktwert und wir haben eben schon gesehen hier, im letzten Jahr ist er für 55 Millionen Euro gegangen. Dementsprechend da auch sehr, sehr viel Transfer plus gemacht. Es hat sich auch hier was getan bei den Spielern, die verkauft wurden. Hier wurde einmal dieser Flügelspieler, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, auf jeden Fall war das auch einer, der schon ein bisschen älter war. Von daher hat sich das, denke ich mal, auch schon mal gelohnt, dass er den schon mal abgegeben hat, bevor der dann gar nichts mehr wert ist. Dann haben wir hier zu Watford einen für knapp 11 Millionen Euro verkauft. Ist natürlich jetzt wieder schwierig zu schauen, okay, wann die Attribute dann zum Zeitpunkt gegangen ist. Jetzt muss man sagen, der sieht tatsächlich auch nicht schlecht aus. Ist auch ein Linksverteiger, aber er hat ja auch eben für die Position dann einen neuen Linksverteiger gekauft, hat die Position quasi 1 zu 1 nochmal neu ersetzt. Und für 30 Millionen Euro ginge Kükschür zu Wolfsburg. Und das ist natürlich auch ein Spieler, der nicht verkehrt aussieht. Da gucken wir auch mal ganz kurz, wie sein Werdegang danach war. Und da sehen wir, der ist zum FC Barcelona gewechselt für 58 Millionen Euro. Also da war wahrscheinlich noch mal ein Stückchen mehr drin. Da hätte man noch ein bisschen mehr Geld rausholen können. Das war mit Sicherheit auch ein Spieler, den du vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gerne gehalten hättest. Man sieht auf jeden Fall, dass du von Jahr zu Jahr hier eine Verjüngungskur hast und probierst eben den Kader jung zu halten, sodass du eben viel Potenzial in der Mannschaft hast und vor allem auch viel Geld aus der Mannschaft rausholen kannst. Saison Nummer 3 ist auch mal wieder ein überragendes Transferfenster. Du hast 121 Millionen Euro Transfer plus erwirtschaftet. Das ist unfassbar stark. Und vor allem hast du wieder sehr, sehr gut nachgekauft. Wieder junge Talente, die du wirklich für einen guten Preis bekommen hast. Gibt es zum Beispiel an Aideen, der in dem einen oder anderen Safe wirklich unfassbar talentiert ist. Hier war es eine mittelmäßige Karriere. Bis jetzt würde ich sagen, da ist in manchen Saves auf jeden Fall deutlich mehr drin gewesen bei ihm. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall ein guter Deal trotzdem gewesen. Satriano für 8,25 Millionen Euro ist einer der besten Stürmer-Talente im FM. Ist momentan hier ein 9,6 bis 102 Millionen Euro wert. Und dementsprechend ist das definitiv ein Super Deal gewesen. Nach vor Torwart-Talent. Ich weiß nicht, wie alt der mittlerweile tatsächlich ist. Hier ist er aktuell 30 Jahre im Jahr. 2029, also war er auf jeden Fall auch noch ein junger Torhüter. Und vor allem, der hat einen riesigen Marktwert. Also 177 bis 212 Millionen Euro. Also ich würde sagen, dass die Dietz hier alle tatsächlich ein extremes Transfer plus, die er eingebracht hat. Also von 8 Millionen auf bis zu 200 Millionen Euro ist schon unfassbar. 18,5 bis 28 Millionen Euro ist er hier wert, der Portugiese. Wir haben von Young Boys Bern einen Spieler, Fabian Rieder. 23 bis 33 Millionen Euro. Ich gucke jetzt hauptsächlich auf die Transferwerte, weil ich jetzt nicht so detailliert auf die ganzen Ratings eingehen will. Weil ansonsten das Video insgesamt zu lange wird. Das hier ist ein Spieler, den haben wir tatsächlich in unserer 1860 München Karriere vor kurzem verpflichtet. Und der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, denn der hat 17 Antritt, 17 Schnelligkeit. Auch bei mir ist der so unfassbar schnell. Und allein aus den Gründen ist das, finde ich, schon ein sehr, sehr cooler Transfer, weil der auch sehr groß ist und sehr schnell ist. Also der hat halt wirklich geile Attribute, muss man sagen. Und dementsprechend momentan auch 15 Millionen Euro bei der Wert. Wird sich das auch auf jeden Fall gelohnt haben. Wir gucken noch hier die letzten beiden Spieler, für die du Geld bezahlt hast. Er auch 24 bis 35 Millionen Euro. Und dann haben wir hier noch einen Spieler für 4,4 Millionen Euro hast du ihn geholt. 27 bis 33 Millionen Euro. Also da hast du auf jeden Fall auch wieder bei beiden Transfer plus gemacht. Du hast auch noch hier von Ars Rome den Mittelfeldspieler als erfahrener Spieler geholt. Auch das ist nie schlecht eigentlich. War jetzt ein bisschen untypisch für dich, aber finde ich gut. Denn du brauchst eigentlich immer wieder zwei, drei erfahrene Spieler, finde ich zumindest mal. In diesem Jahr ist es im FM nicht mehr so wichtig. Aber in den letzten Jahren war es immer wichtig, dass du ein paar erfahrene Jungs dabei hast. Vor allem fürs Mentoring ist das immer nicht schlecht, wenn du ein paar Führungsspieler im Verein eben hast. Abgegeben hast du dann für knapp 40 Millionen Euro Gullixen. Das ist eben der, den du, glaube ich, im ersten Jahr für 2,9 Millionen Euro gekauft hast. Und so sieht es auch aus. Also da hast du direkt mal das Ganze wieder zu Geld gemacht. Hast den sehr schnell wiederverkauft. Und dementsprechend gutes Transfer plus erwirtschaftet. Billio hast du abgegeben zu Stade Renne. Der ist 37 bis 53 Millionen Euro momentan wert. Verkauft hast du den für 35 Millionen Euro. Dann für 30 Millionen Euro hier ein Spieler zu Leverkusen gegangen. Rechtsverteiger, der sieht eigentlich auch nicht verkehrt aus. Ziemlich schneller Spieler. Gute Flanken, der bringt 27 bis 38 Millionen momentan wert. Ja, ich würde sagen, wir gehen die jetzt nicht alle einzeln durch. Man sieht aber auf jeden Fall, dass du viele Spiele auch verkauft hast. Und dementsprechend hier auch dieses gute Transfer plus erwirtschaftet hast. Und hast halt die Mannschaft wieder jünger gemacht. Und bist deiner Linie hier treu geblieben. Auch im vierten Jahr gibt es einen riesen Transfer plus. Diesmal hast du 227 Millionen Euro eingenommen. 84 Millionen Euro ausgegeben. Und wir werden es jetzt auf jeden Fall ein bisschen kürzer fassen. Was mir extrem auffällt, ist, dass du extrem viel transferierst. Also das ist wirklich verrückt. Vor allem bei dir ist auch kein Spieler unbezahlbar. Also du gibst auch jeden Spieler sehr gerne direkt nochmal ab. Zum Beispiel hast du dieses Jahr dann Satriano auch direkt wieder abgegeben. Für, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo ist hier der SC Freiburg. Da ist er für 9,75 Millionen Euro. Da war mit Sicherheit mehr drin gewesen. Der ist jetzt eben diese 70 bis 100 Millionen Euro wert gewesen. Aber natürlich willst du, oder so sieht es zumindest mal aus. Du willst eben die Spieler schnell wieder verkaufen. Und dann wieder schnell günstiger Spieler einkaufen. Wir werden jetzt nicht auf die Verkäufe so einzeln eingehen. Wir sehen jetzt Nelsen, den du ablösefrei bekommen hast. Hast du 14 Millionen Euro wieder verkauft. Wir gehen auf den teuersten Spiel auf jeden Fall ein. Auf Brenner, den hast du auch für einen guten Transfer plus verkauft. 16 Abschluss, 16 Antritt, 15 Schnelligkeit, 17 Elfmeter. Also es sieht auch nach einem sehr guten Stürmer aus, der auch technisch stark ist. Also das ist ein Spieler, wo es mir wahrscheinlich schwer gefallen wäre, den wieder zu verkaufen. Und du hast den für 70 Millionen Euro eben abgegeben. Und hast dafür dann wieder neue Spieler eingekauft. Und da gucken wir jetzt mal, wer da so dabei ist. Cunzau haben wir vom FC Porto. Flügelspieler hat jetzt ein Marktwert von 23 bis 35 Millionen Euro. Dann haben wir Masami von Atletico Mineiro. Also ein Talent aus Brasilien. Und das ist natürlich ein absolutes Megatalent. Mit 124 bis 179 Millionen Euro Marktwert. Für sich absolut überragend. Insgesamt hat der tatsächlich nur 1, 2, 3, 4 Attribute, die nicht im gelben Bereich sind. Also das sieht unfassbar stark aus. Also der wird sich auch extrem gerechnet haben. So Ares hast du geholt. Das ist dann der neue Stürmer. Und da sehen wir zum Beispiel, du hast für den einen Spieler eben 70 Millionen Euro bekommen. Und hast dann diesen Spieler extrem günstig bekommen. Der ist jetzt auch wieder 90 Millionen Euro wert. Und ist tatsächlich ein sehr ähnlicher Spielertyp wie den, den du eben dann verkauft hast. Und der hat 18 Sprunghöhe zudem. Also der sieht sehr, sehr stark aus. Der ist technisch stark. Der ist groß. Der ist halbwegs schnell. Also das ist tatsächlich ein extrem kompletter Stürmer. Und das ist auch seine beste Position tatsächlich. Also okay. Also dafür kann man eben dann diesen Spieler, diesen Brenner wieder verkaufen. Interessant, dass du hier tatsächlich dann auch wieder einen Brasilianer bekommen hast. Wenn ich mir das jetzt nicht gehört habe. Der ist in Portugieser das hier. Also sieht tatsächlich nach dem neuen CR7 aus. Sigue, oder wie er ausgesprochen wird, hast du als Rechtsverteiger geholt. Ist auf jeden Fall auch ein sehr talentierter Außenverteiger. Molairo ist jetzt auch 46 bis 62 Millionen Euro wert. Manzinelli, also du scoutest auch viel in Brasilien und Argentinien. Der ist jetzt nicht so, obwohl, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ist jetzt nicht das beste Talent gewesen, was du geholt hast. Und dann haben wir hier Renan Nelson noch. Auch der hat sich extrem gelohnt. 32 bis 45 Millionen Euro. Also man sieht hier, auch die günstigen Spieler sind alles gute Talente, die du gekauft hast. Auch im Jahr 25, 26 geht das Spiel so weiter. Du hast mal wieder ein schönes Transfer plus erwirtschaftet, weil du vor allem wieder Spieler direkt verkauft hast. Wie ein Saliba ist für 34 Millionen Euro gegangen. LaFont für 45 Millionen Euro. Collins, nach nur einem Jahr hast du für 30 Millionen Euro verkauft. Also auch da ein wunderschönes Transfer plus was du erwirtschaftet hast. Der Außenverteiger, den ich nicht aussprechen kann. Wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. Hast du auch für 30 Millionen Euro wieder verkauft. Hast dafür Vasquez für die Position verpflichtet. Der jetzt tatsächlich einer der wenigen Spieler ist, wo sich das Ganze nicht so extrem gerechnet hat. Aber auf jeden Fall auch ein Spieler, der die Position gut ausgeführt haben wird. Und dann haben wir hier vor allem von den günstigen Spielern, Spieler dabei, die enorm lukrativ waren. 2,2 Millionen Euro für diesen jungen Herrn bezahlt. Und der ist jetzt über 100 Millionen Euro wert. Und hat immer noch ein Riesenpotenzial. Wird wahrscheinlich irgendwann einer der weltbesten Spieler sein. Hat jetzt schon abartig gute Attribute. Und wie gesagt, also wer weiß, was der eben in 3, 4 Jahren wert sein wird. Und den hast du für gerade mal 2,2 Millionen Euro verpflichtet. Für 3,2 Millionen Euro hast du hier einen von Porto verpflichtet, der jetzt auch schon fast 20 Millionen Euro kosten soll. Wir gucken mal die Spieler hier einzeln durch. Ob da eben noch ein interessanter Spieler bei den günstigen dabei war. Hier für 1,7 Millionen Euro. Ich glaube, der hat sich gerechnet. Tatsächlich 61 bis 69 Millionen Euro. Also das sind schon richtig gute Deals. Vor allem sieht man hier, du scoutest ganz viel in so kleineren Ländern wie Argentinien, Brasilien. Hast hier zum Beispiel auch wieder so einen Stürmertypen gefunden. Wie du es eben vorher schon zweimal geschafft hast. Also immer wieder diese schnellen, technisch starken und trotzdem abschlussstarken Spieler. Also diese kompletten Stürmer, die einfach alles können. Und das ist wieder einer aus Brasilien, den du sehr günstig bekommen hast. Und der mit der Zeit wahrscheinlich auch nochmal ein deutsches Stück mehr wert sein wird. Auch im nächsten Jahr geht das Spiel so weiter, wie wir es bis jetzt gesehen haben. Wir sehen mal wieder unfassbar viele Verkäufe. Vor allem auch Spieler, die das Jahr davor erst eingekauft wurden. Wie zum Beispiel der gute Antonio. Haben wir gerade gesehen, 15 Millionen Euro eingekauft. Geht jetzt für 32,5 Millionen Euro zum AC Milan. Wir schauen uns jetzt die Spiele an, die du gekauft hast. Denn da hast du mal wieder extrem gut nachgekauft. Wir haben einen Dan Jones für 19 Millionen Euro. Der ist jetzt um die 50 Millionen Euro wert, habe ich gesehen. Interessant wird es hier bei dem Spieler, der 16 Millionen Euro wert ist. Denn das ist ein Außenverteidiger, der erstens mal unfassbar starkes Setz hat. Zweitens gerade mal noch 22 Jahre jung ist. Drittens 4,5 Sterne momentan hat. Und vor allem einen Marktwert von 126 Millionen Euro. Das ist zumindest mal der Preis, für den der momentan auf dem Transfermarkt zu haben ist. Also wahrscheinlich könnte man den auch, wenn man den noch ein bisschen hält, noch teurer tatsächlich verkaufen. Das ist aber insgesamt natürlich unfassbar, was du jetzt hier wieder für einen Transferplus erwirtschaften kannst mit dem Spieler. Vor allem ist das jetzt ein Spieler, der gar nicht so gut flanken kann. Aber als Außenverteidiger, wo du ihn spielst, ist das natürlich ein Spieler, der unfassbar gute Sets dafür hat. Wäre natürlich ein Spieler, der dir auch lange sehr weiterhelfen würde. Aber ich verstehe es eben mit deiner Philosophie. Kann man den Spieler natürlich jetzt auch ordentlich wieder mit dem Profit weiterverkaufen. Wir gucken mal, was hier noch gekauft wurde. Wir haben einen Augusto, ich glaube der... Ah doch, das war der tatsächlich. 123 bis 135 Millionen Euro. Also das gleiche Spiel tatsächlich. Auch die Stats, oder die sind natürlich noch absurder, muss man sagen. Der hat 17 Freischlüsse, 18 passen, 16 Technik, 17 Übersicht, 18 Nervenstärke. Entscheidungen, Flair bei 19. Es ist ein abartiger Spieler, den du hier von Flamengo bekommen hast. Wieder eben aus Brasilien, da scoutest du unfassbar gut. Wenn da ein Talent zu haben ist, dann spielt der auch danach für deinen Verein. Und das ist natürlich absolut bemerkenswert. Aus Waldo haben wir hier noch 35 bis 43 Millionen Euro Torwart. Und dann gucken wir noch, was du hier von Treues, oder wie das heißt, verpflichtet hast. Der ist allerdings jetzt nicht so viel wert. Aber insgesamt mal wieder eine super Transferphase. Jetzt kommen wir endlich mal zu der Transferphase, wo du richtig Geld in die Hand genommen hast. 201 Millionen Euro ausgegeben. Das meiste in der kompletten Zeit hier bei Rotterdam und das erste Mal seit 5 Jahren, dass du einen Transfer minus erwirtschaftet hast. Hast trotzdem 179 Millionen Euro eingenommen, was natürlich auch wieder unfassbar stark ist. Wir schauen uns jetzt die Transfers, die Einkäufe mal besonders an. Und da sehen wir, dass du diesmal das erste Mal auch wieder einen Spieler mit Erfahrung gut hast. Stefan de Friere für 4,7 Millionen Euro. Die Attribute werden mit Sicherheit da auch noch sehr, sehr gut gewesen sein. Kann man jetzt nicht mehr gucken, weil der Spieler eben die Karriere schon beendet hat. 88 Millionen Euro ginge in den teuersten Transfer. Yusufa Moukoko. Und das ist ein Deal, der sich mit Sicherheit gelohnt haben wird. Der hat jetzt in 48 Spielen 35 Tore geschossen. Hat das auf jeden Fall auch nicht verkehrt bis jetzt. Und die Attribute sehen super aus. 118 bis 129 Millionen ist er aktuell wert. Wir gucken mal, was du hier von Roma verpflichtet hast für 11 Millionen Euro. Der ist jetzt auch 17 bis 19 Millionen Euro wert. Außenverteidiger ist ja in Ordnung der Spieler. Aber wir gucken jetzt vor allem auf den Cyberdoor für 54 Millionen Euro. Hast du den eingekauft? 88 bis 96 Millionen momentan wert. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Einer, der sehr schnell ist. 16 Schnelligkeit, 17 Antritt. Und ist auch extrem mental stark. Also da sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Viele Attribute im grünen Bereich. Kommen wir jetzt zum letzten Transferfenster. Das ist tatsächlich eins, was momentan noch im Gange ist. Wir sind im 1. Juli. Das heißt, hier wird noch einiges wahrscheinlich passiert sein. Du hast allerdings trotzdem schon 26 Millionen Euro ausgegeben. Unter anderem in einen Scott Wilson für 15 Millionen Euro. Da gehen wir ganz kurz einmal drauf rein. Der ist ein Spieler für die Breite auf jeden Fall. Also du hast auf jeden Fall noch nicht so viel Interessantes eingekauft. Verkauft hast du aber schon einen interessanten Spieler. Und zwar ist das Yusuf Demir. Den hast du jetzt für 55 Millionen Euro an Man United abgegeben. Und viel mehr ist in dem Jahr bis jetzt zumindest mal noch nicht passiert. Kommen wir jetzt zur Bewertung deiner Arbeit auf dem Transfermarkt. Und da muss man insgesamt sagen, dass das auf jeden Fall eine hervorragende Arbeit war. Weil du hast wirklich in jedem Jahr fast ein Transferplus erwirtschaftet. Unfassbar viele talentierte Spieler. Unfassbar günstig verpflichtet. Sehr viele Spieler mit Gewinn wieder verkauft. Also viel Umsatz gemacht. Viel Geld gemacht. Und den Verein so eben vorangebracht. Manchmal hast du, finde ich, ein bisschen zu schnell die Spieler wieder verkauft. Auch ein bisschen zu viel verkauft. Aber insgesamt eine hervorragende Arbeit. Und dementsprechend gibt es von mir 9 von möglichen 10 Punkten. Kommen wir jetzt zur Taktik. Da sind mir auf jeden Fall ein paar Sachen aufgefallen, die ich ändern würde. Insgesamt muss man erstmal sagen, dass die Taktik aber sehr gut funktioniert. Wir schauen uns gleich im Datencenter auch ein paar Sachen an. Wo man eben sieht, wie gut das Ganze vor allem in der aktuellen Saison oder der vergangenen Saison funktioniert hat. Erstmal gehen wir auf die Taktik oder auf die Aufstellung ein. Und da sehen wir, dass wir hinten eine Viererkette haben. Rechts mit einem inversen Außenverteiger. Links mit einem normalen Außenverteiger auf Unterstützende. Wir haben einen defensiven Mittelfeldspieler im Mittelfeld auf Verteidiger. Einen Metzaller plus einen ZM auf Angreifende. Rechts haben wir inversen Flügelspieler auf Unterstützende. Links ebenfalls. Und dann vorne ein Zielspieler. Wir gucken ganz kurz mal im Datencenter uns ein paar Sachen an. Dann sehen wir hier einmal die Offensivarbeit. Und da sehen wir, wie gut das Ganze funktioniert. Drei Tore pro Spiel im Schnitt. Ein super expected goalwert. Sehr viele Schüsse. Also insgesamt dominiert die Mannschaft schon extrem die Liga. Das kann einmal aufgrund der Taktik sein und wird auch aufgrund der Taktik sein. Liegt aber auch daran, dass die Mannschaft deutlich besser ist als der Liga-Schnitt ist. Da muss man eben sagen, der Niederlande mit der Mannschaft, die du momentan hast, da musst du auch die Liga eigentlich zerschießen. Wir gucken uns jetzt ein paar andere Sachen an, die ich sehr interessant finde. Erstmal gehen wir auf die Passkarte. Die ist für mich immer sehr wichtig. Die sollte man sich immer anschauen. Und da gehen wir jetzt auch kurz drauf und gucken drauf. Und da sehen wir zunächst, dass du auf jeden Fall extrem viele Pässe gespielt hast. Dass du eben den Ballbesitz orientierten Fußball spielst. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in der Taktik genauer an. Also wir haben ganz, ganz viele grüne Pfeile, was sehr gut ist. Wir haben auch einige Dreiecke. Allerdings ist mir trotzdem hier auf der rechten Seite was aufgefallen, was man besser lösen könnte und was ich anders machen würde. Und zwar haben wir hier nämlich einen inversen Außenverteiger, der eben sich natürlich ein bisschen zentraler orientiert. Und davor hast du einen inversen Flügelspieler. Auch der bewegt sich eher im Zentrum. Und somit hast du eben zwei Spieler. Also erstmal ist dieses Dreieck hier ziemlich enge. Du hast trotzdem hier noch viele Passkombinationen. Das ist ein bisschen zu eng, finde ich. Und vor allem hast du hier eben zwei Spieler, die genau hintereinander stehen, weil sie beide nämlich inverse Spieler sind und sich ein bisschen zentral orientieren. Und es würde mehr Sinn machen, wenn du hier einen inversen Außenverteiger hast, den inversen Flügelspieler als Flügelspieler zu halten, sodass der sich weiter rechts befindet. Und du so erstens mal mehr Breite im Spiel hast und dann ein deutlich besseres Dreieck hast, so hat eben der Außenverteidiger bessere Passoptionen links wie rechts. Weil so kann natürlich hier, wenn ein Verteidiger direkt vor unserem inversen Außenverteiger steht, bedeckt er natürlich direkt auch wieder den inversen Flügelspieler. Und wenn der weiter außen wäre, dann hättest du auf jeden Fall deutlich bessere Optionen links wie rechts, eben eine Passstation am Ende zu haben. Wir gucken uns auch ganz kurz mal hier in der Taktik das nochmal an. Und da haben wir nämlich noch einen Grund, warum du auf jeden Fall diesen Spieler besser als Flügelspieler spielen lassen solltest, weil das ist zudem auch noch ein Rechtsfuß. Da macht es natürlich auch noch mehr Sinn, den eben als Flügelspieler spielen zu lassen. Der hat zwar jetzt nicht so gute Flanken, okay, wäre natürlich eher ein inverser Flügelspieler oder vorgestrubener Spielmacher, aber aus dem Grund eben taktisch macht es einfach mehr Sinn, den als Flügelspieler spielen zu lassen. Deshalb habe ich den hier auch mal als Flügelspieler gemacht. Was ich dann noch gesehen habe, ist hier vorne, du hast den Mokoko als Zielspieler spielen lassen. Macht für mich nicht so viel Sinn, weil du vor allem im Datencenter, und ich habe mir nämlich deshalb extra angeguckt, machst du denn auch viele Tore per Flanken, wofür ein Zielspieler auch da ist. Aber da habe ich gesehen, du machst eben ganz anders Tore. Und dafür wäre eben ein Stoßstürmer, den ich dir jetzt hier reingeholt habe, deutlich sinnvoller. Denn du schießt 62 deiner 110 letzten Tore, und das ist über die Hälfte der Tore, das ist ein unfassbar starker Wert. Da bist du richtig stark, die hast du durch Steilpässe erzielt. Und dementsprechend ist natürlich hier ein Stoßstürmer deutlich effektiver, weil der Stoßstürmer eben genau dafür da ist, hier, und wir sehen hier unten eben das Ganze, dass der eben mit diesen Steilpässen angespielt wird, eben in diese Läufe reingeht. Und dementsprechend wäre das auf jeden Fall die bessere Spielerrolle für den Spieler. Vor allem ist das auch noch die beste Spielerrolle von Mokoko. Das heißt, das passt auch noch perfekt zu deinem Stürmer. Du hast genau diesen Stürmertyp, und der Zielspieler, wo du ihn vorher hattest, ist sogar die schlechteste Rolle für Mokoko. Also dementsprechend ist der Zielspieler, finde ich hier, die sinnvollste Alternative, die sinnvollste Sache, wie du ihn spielen lassen solltest. Du kannst ja gerne mal reinschreiben, warum du den als Zielspieler gespielt hast. Gehen wir dann jetzt mal in deine taktischen Einstellungen rein. Da sehen wir, dass du hier über die Innenverteidiger den Spielaufbau hast, und dann eben probierst, in die Schnittstellen da vorne diese Pässe reinzuspielen, also über die Innenbahn die Flügelspieler anzuspielen. Dafür ist natürlich auch wieder der inverse Flügelspieler dann gedacht. Wie gesagt, auf der rechten Seite würde es anders machen. Ich habe aber jetzt gerade gesehen, dass du hier eben Ten Hag wahrscheinlich versucht hast zu kopieren, und dementsprechend vielleicht auch der Zielspieler dann gepasst hat, weil der natürlich mit Halea bei Amsterdam natürlich genauso einen Spielertyp hatte. Ich denke mal, dass das dann eben der Grund dafür ist. Kannst du auf jeden Fall mal reinschreiben. Vorne hast du geduldig Spielen drin, Kurzpassspiel, aber recht hohes Tempo, und vor allem vorne kreativer Spielen ist auf jeden Fall für deinen Spielstil, finde ich, wie du es machen willst, also mit einem beibesitzorientierten Fußball eigentlich nicht verkehrt. Gegenpressing, auch da sieht man eben, du willst viel beibesitz haben, danach aber hier kein Konterspiel, keine Formation halten, also hier ist nichts eingestellt. Da ist halt einfach Gegenpressing drin, damit du eben, wenn du den Ball verlierst, den Ball direkt wieder gewinnst, den Ball direkt wieder in den eigenen Reihen hast. Auch hier wieder bei den Innenverteidiger und Ball ausrollen, also auch das zeigt wieder, dass du Ballbesitz haben willst, dass du einen ruhigen Spielaufbau über die Innenverteidiger das ganze Spiel aufbauen willst. Und auch hier extrem viel Pressing, extrem offensiver Pressing, also du willst permanent den Ball haben. Und das sieht man auch anhand der Statistiken im Datencenter. Was ich dir empfehlen würde für die Champions League zumindestens mal, generell vielleicht für die Liga, kannst du dir das auch überlegen, die meisten Gegentore, die du kassierst, ist eben durch Steilpässe, also da, wo du auch die meisten Tore schießt, kassierst du auch die meisten und das ist eben, weil du so hoch stehst. Und dementsprechend würde ich vielleicht die Defensivlinie nur auf hoch stellen, also ein bisschen tiefer, damit du eben da nicht mehr so anfällig bist. Vor allem in der Champions League könnte ich mir vorstellen, dass das manchmal richtig wehtut, dass du da extrem viele Bälle oder extrem viele Tore durchkassierst. Und vielleicht würde ich auch in der Champions League die Pressing-Intensität oder generell die Pressing-Intensität ein bisschen runterschrauben, weil es natürlich ein extrem intensives Spiel ist, was du da spielst. Aber das kommt natürlich am Ende auch auf deine Spieler an, ob die über 90 Minuten das Ganze da durchhalten. Kommen wir jetzt zur Bewertung deiner Taktik. Ich muss sagen, insgesamt hat man gesehen, dass die Taktik auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Es ist auch eine kreativere Taktik, finde ich, also wirklich ein paar interessante Spielerrollen mit Inverse Außenverteiger, zentraler Mittelspieler auf Angreifen, plus eine Metzaller ist auch etwas, was man nicht so häufig sieht. Also es sind ein paar Spielerrollen, die ein bisschen anders sind, wie man es eigentlich so in der Regel kennt, auch vorne mit dem Zielspieler, der allerdings dann für mich eher ein Nachteil ist oder eher eine Sache, die ich ändern würde, eben weil du so viele Tore vorne mit Steilpässen schießt. Ich habe jetzt mal die Taktik so umgebaut, wie ich mir vorstellen kann, wie du sie normalerweise gespielt hättest. Schreib mir gerne mal in die Kommentare rein, wie du eben normalerweise von der Ausstellung gespielt hättest. Und wenn mir jemand nochmal einen Safe schickt, stellt immer die Startaufstellung so auf, wie sie bei euch in den Spielen normalerweise wäre, damit ich eben da direkt sehe, okay, da habt ihr den und den Spieler und kann dann nämlich eben zum Beispiel erkennen, dass ihr einen Mokoko auf dem Flügel spielt und nicht vorne als Zielspieler mit 5-Sprunghöhe, weil das macht für mich nämlich dann auch gar keinen Sinn. Aber so hast du den tatsächlich am Ende spielen lassen, wahrscheinlich, weil Suarez oder so verletzt war. Aber dann wäre natürlich auch da nochmal eher ein Grund gewesen, vielleicht nochmal den Mokoko dann nicht als Zielspieler spielen zu lassen. Wenn eben der andere verletzt ist, dann wäre es natürlich nochmal ein Grund mehr, den als Stoßstürmer vorne spielen zu lassen. Also die Negativpunkte habe ich ja genannt. Ich würde vorne mit einem Stoßstürmer spielen und rechts mit einem Flügelspieler. Muss man dann gucken, wie es auf der rechten Seite mit dem Flügelspieler funktioniert. Insgesamt würde ich der Taktiker auf jeden Fall eben aus den genannten Gründen 7 vorne möglichen 10 Punkten geben. Das nächste, was wir uns jetzt anschauen, ist die Kaderplanung. Die unterscheiden wir ja nochmal mit der Transferphase, weil wir uns jetzt eher darauf beziehen, wie die Spieler eben zur Taktik passen, die man verpflichtet hat und wie sie von der Persönlichkeit sind, wie das Mannschaftsgefüge ist, eben wie solche Faktoren stimmen, wie die Altershierarchie ist, ob da wirklich alles passend ist oder ob da Sachen sind, die man verbessern kann. Bei den Transfers haben wir dann eher auf das Finanzielle geschaut. Sind das Spieler, die du für einen guten Preis eingekauft hast, sind das Spieler, die du später vielleicht mit Gewinn verkaufen konntest und eben diese finanziellen Aspekte, die da eben wichtig sind. Hast du Gewinn aus der Transferphase rausgeholt, hast du Verlust gemacht? Also solche Dinge. Hier geht es dann eher um die Sachen, die wir gerade genannt haben und wir schauen uns als allererst den Torwart an. Da hast du einen talentierten Torwart als Stammteuter mit 2,5 Sterne. Da könnte man natürlich so schon mal überlegen, ob man einen stärkeren Torwart als Stammteuter haben will. Aber insgesamt muss man sagen, dass du natürlich jetzt schon eine Weltklasse Mannschaft hast und da auch ein 2,5 Sterne Torwart schon ein richtig guter Torwart ist und der hat unfassbar viel Potenzial. Dementsprechend würde ich den auf jeden Fall auch so als Stammteuter hier weiter spielen lassen. Der hat jetzt mit 16 Gegentoren auch unfassbar wenig Tore kassiert. Von daher wird das auf jeden Fall auch intelligent sein, dem hier Spielzeit zu geben, damit er irgendwann vor allem auch eine Weltklasse Torwart da wird und natürlich auch vom Preis her ein gutes Stück ansteigen wird. Was ich vielleicht dahinter machen würde, ist ein besseren Backup verpflichtenden Spieler, der ebenfalls 2,5 Sterne hat, vielleicht sogar 3 Sterne, dass du auf jeden Fall da jemanden hast, der in 1,2 eins ersetzen kann. Falls entweder sich der Stammkeeper mal verletzt oder vielleicht du den Spieler verkaufst, dass du da auf jeden Fall direkt jemanden in der Hinterhand hast, ist natürlich dann immer schwierig zu gucken, ob du einen Spieler findest, der auch vom Gehalt dann recht günstig ist. Aber ich würde vor allem gucken, ob du vielleicht da einen erfahrenen Torwart dann noch bekommst, von dem vielleicht ausweiten sogar am Ende noch was lernen kann. Also da würde ich überlegen, ob man ein Backup holt. Ist jetzt aber nichts, was zwingend notwendig ist, wo was vielleicht zwingend notwendiger ist, ist es auf der Verteidigerposition. Weil da muss ich sagen, die sind ein bisschen schmal besetzt, da hast du nicht so viele Backups. Du hast hier die Spieler, die Stammspielen, da sind eben die vier Spieler in der Viererkette plus der defensive Mittelfeldspieler drin. Das heißt, fünf deiner Defensivspieler stehen schon auf dem Platz und dahinter hast du dann noch einen talentierten Spieler, zwei talentierte Spieler und dahinter wird es recht eng. Da sind nur noch anderthalb bis zwei Sterne Spieler, also drei Stück. Also insgesamt ist da auf jeden Fall das Ganze ein bisschen zu eng besetzt. Da solltest du auf jeden Fall zusehen, dass du in der Verteidigung das Ganze ein bisschen breiter ausstellst, dass du da noch ein paar Spieler verpflichtest. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir gucken uns jetzt noch die Offensive an und da muss ich sagen, du bist da extrem flexibel aufgestellt aufgrund der Taktik. Du hast hier mit Salah einen zentralen Mittelfeldspieler auf angreifenden, inversen Flügelspieler auf beiden Seiten ja normalerweise vorne deinen Stürmer, wo du zwei Spieler hast mit Moukoko und Soares. Man muss hier sagen, natürlich, weil du mit Zielspieler spielst, wäre Moukoko natürlich eigentlich kein Backup für die Position. Da hättest du natürlich nochmal ein Problem, falls Soares sich verletzt, weil du jetzt, glaube ich, keinen Spieler hast, der sonst die Position als Zielspieler spielen kann. Da muss man natürlich sagen, okay, da müsste man vielleicht sonst noch jemanden holen, es sei denn, du hast hier noch irgendjemand, der spielen kann. Okay, der hier könnte das theoretisch spielen, ist eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler. Der hat zumindest mal Sprunghöhe. Dann haben wir hier, ja, der hat keine Sprunghöhe. Ja, also da würde das Ganze eben nicht zum Zielspieler so perfekt passen, es sei denn, du sagst dann, wenn du Moukoko spielen lässt, spielst du mit einem Stoßdürmer, was sowieso, finde ich, Sinn machen würde, hier bei der Taktik. Aber eben aufgrund der Kaderplanung muss man das so bewerten, dass du hier vielleicht noch einen zweiten Stürmer verpflichten solltest. Ansonsten, wie gesagt, ist das Ganze so, dass du zumindest mal die anderen vier Positionen hier, ja, eigentlich jeden Spiel auf jeder Position spielen kannst, weil das einfach ziemlich ähnliche, oder Positionen sind, wo du ziemlich ähnliche Attribute brauchst. Von daher ist das auf jeden Fall auch in der Offensive ziemlich gut gelöst. Dann gehen wir jetzt mal ins Mannschaftsgefüge rein und schauen uns an, wie die sozialen Gruppen aussehen. Und da sehen wir, dass wir eine Kerngruppe haben und zwei Nebengruppen. Im Idealfall ist es so, dass du so wenig Gruppen wie möglich hast und diese natürlich dann so groß wie möglich ist. Also am besten wäre es, wenn du eine Kerngruppe hast und da sind am Ende alle Spieler drin. Ist allerdings ziemlich schwierig umzusetzen. Wie setzt du das um? Du musst eben gucken, dass du viele Spieler hast, die sich gut verstehen, indem du eben Spieler aus demselben Land verpflichtest, Spieler hast, die etwa dieselbe Persönlichkeit haben, die vielleicht in der ähnlichen Altersklasse sind und dann verstehen die sich auf jeden Fall sehr gut, auch Erfolg. sorgt dafür, dass die Spieler sich alle gut verstehen und alle in einer Gruppe drin sind. Du hast jetzt hier eine Nebengruppe A mit Spielern, die etwa gleich lang im Verein sind und eine Nebengruppe B, die beide Englisch sprechen. Ich habe gerade mal auch in die Spieler reingeschaut, es sind beide Spieler, die Schwierigkeiten haben, in die Kerngruppe sich einzufinden. Das sieht man auch immer bei Transfers, ob der Spieler sind, die in der Kerngruppe sich einfinden werden oder wahrscheinlich einfinden werden oder ob sie eher vielleicht Probleme haben werden. Bei denen ist es leider bei beiden so, dass sie Schwierigkeiten haben und momentan nur Englisch sprechen. Das ist das geringste Problem eigentlich. Die werden irgendwann auch Deutsch sprechen, wenn sie eben die Sprache lernen. Es ist häufig so, dass trotzdem die Engländer untereinander vielleicht dann eine Gruppe bilden, weil sie sich natürlich trotzdem aufgrund der Nationalität besser verstehen. Hier wäre es, finde ich, ganz wichtig, wenn du noch einen dritten Spieler in der Kerngruppe hast. Also vielleicht kannst du noch einen Engländer verpflichten, um einfach die Kerngruppe auf drei Spielern zu haben, und falls du vielleicht mit denen noch mal Mentoring betreiben willst, falls die Spieler vielleicht einfach noch mal einen Spieler mehr brauchen, damit sie auch glücklich im Verein sind, sollte die ein bisschen größer sein. Es sei denn, die Spieler werden irgendwann in die A-Gruppe, also in die Nebengruppe A, reinfließen, falls sie irgendwann dann Deutsch gelernt haben. Also das ist eigentlich das einzige Problem, die Nebengruppe B, die ist ein bisschen klein, die sind ein bisschen alleine im Verein. Muss man mal gucken, ob die Spieler zumindest mal dann auch glücklich sind. Aber das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und dann kann man eben daraus eben die Schlüsse ziehen, ob man da was machen sollte oder nicht. Aber insgesamt ist das jetzt kein so großes Problem. Schauen wir uns jetzt mal die Hierarchie an. Und da sieht es ziemlich gut aus, was zumindest mal die Führungsspiele angeht. Du hast drei Führungsspieler und dann noch einige sehr einflussreiche Spieler. Wichtig ist jetzt bei den Führungsspielern, dass es auch wirklich Führungsspieler sind, dass die erstes Mal ein gutes Alter haben. 25 Jahre ist eigentlich noch recht jung, aber das ist okay. Du hast generell eine sehr junge Mannschaft, da ist es natürlich schwierig, jetzt den alten Führungsspieler zu haben. Man sollte vielleicht trotzdem auch mal bei einer jungen Mannschaft generell ein paar erfahrene Spieler mit dabei haben. Auch deshalb ist so ein bisschen die Altershierarchie, finde ich, wichtig, dass man eben immer so zwei, drei Spieler hat, die vorangehen, die ein bisschen älter sind, die Erfahrung mitbringen und da die Jugendspieler von denen lernen können. Der 25-jährige Muleiro hat auf jeden Fall hier 13 Führungsqualitäten und 12 Teamwork. Das ist in Ordnung. Allerdings solltest du auf jeden Fall einen Spieler haben, der da nochmal ein gutes Stück besser ist. Und Soares ist aufgrund der Qualität wahrscheinlich ein Führungsspieler, aber wir schauen uns jetzt auch mal an, ist das auch ein guter Führungsspieler, was die Führungsqualitäten angeht. Und da ist er eben mit fünf Führungsqualitäten nicht das beste Beispiel. Teamwork hat er da für 15, also zumindest mal da ein Attribut, wo er gut drin ist, was wichtig ist bei einem Führungsspieler, aber Führungsqualitäten stimmen nicht so. Jetzt müssen wir mal auf Jones hoffen und der hat 18 Führungsqualitäten und 13 Teamwork. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Führungsspieler, ist mit 23 Jahren dafür noch ziemlich jung, aber zumindest mal ein Spieler, der da vorne wirklich richtig vorangehen kann. Du kannst natürlich, oder wirst vielleicht hier eben bei den sehr einflussreichen Spielern noch einen Spieler haben, der hoffentlich gute Führungsqualitäten hat. Das schaue ich mir gleich auf jeden Fall nochmal an, bevor ich hier eine Bewertung abgebe. Schauen wir jetzt mal auf die Persönlichkeiten, die natürlich auch wichtig sind. Du hast bei deinem Führungsspieler einen Spieler, der ausgeglichen ist, einer der relativ professionell ist und einer der relativ ehrgeizig ist. Du hast also hier jetzt keine extrem starke Persönlichkeit. Das sollte auf jeden Fall auch oder wäre auf jeden Fall auch besser, wenn du hier einen Führungsspieler hast, der auch eine richtig gute Persönlichkeit hat, weil die natürlich dafür sorgen, dass die anderen Spieler sich dann auch so entwickeln, dass die Spieler eben genau das abfärben, genau so professionell dann sind, wie der Führungsspieler. Es ist wichtig, dass solche Spieler eben dann auch gute Persönlichkeiten haben. Hier haben wir dahinter noch einen Spieler, der energisch ist, einer der professionell ist und einen Modellbürger, Mokoko. Also das ist natürlich eine super Persönlichkeit, aber viele Spieler, die nur relativ professionell sind, relativ zielstrebig. Also hier fehlt es so ein bisschen an Spielern, die wie jetzt hier der Salvador professionell sind oder wie Mokoko Modellbürger sind. Vor allem hier in dem Bereich sehr einflussreich und Führungsspieler. Also da sollten ein paar bessere Persönlichkeiten sein. Also da wäre es auf jeden Fall gut, wenn du vielleicht da noch mal ein bisschen drauf achtest, vor allem, dass auch die Persönlichkeiten alle ein bisschen ähnlicher sind. Du hast hier alles ein bisschen durchgestreut, aber das sieht alles trotzdem ganz in Ordnung aus. Ich habe mir jetzt deine Führungsspieler noch mal angeschaut und da habe ich gesehen, dass Salvador 17 Führungsstärke hat. Er ist allerdings nur ein sonstiger Spieler und hat vor allem nur 9 Teamwork. Also ist er auch nicht so perfekt als Co-Kapitän geeignet. Schauen wir uns jetzt noch einen dritten Spieler an und zwar ist das Brinkgy. Bei denen gibt es zwei Probleme, warum der nicht so gut geeignet ist. Einmal ist er ein sonstiger Spieler und zweitens ist er hier leider ein Spieler, der von der Qualität her nicht gut genug ist, um hier Kapitän oder Co-Kapitän zu sein. Dementsprechend fällt der auch aus. Deshalb würde ich auf jeden Fall noch einen Spieler verpflichten, der hier ein Führungsspieler werden kann, damit du auf jeden Fall zwei gute Führungsspiele hast, die auch die Kapitänsrollen spielen können, die die Kapitänsrollen gut ausführen werden. Und jetzt schauen wir uns noch eine dritte Sache an und zwar die Zufriedenheit. Und da muss man sagen, dadurch, dass du natürlich auch momentan sehr erfolgreich bist, sportlich alles sehr gut läuft, sind die Spieler alle extrem zufrieden, alle sogar begeistert. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Die Frage wäre natürlich hier, okay, wie sind die Spieler drauf, wenn es mal sportlich nicht so gut läuft, aber momentan gibt es da gar nichts zu bemängeln. Und das Letzte, was wir uns jetzt hier noch anschauen, ist wie eben gesagt die Altersstruktur. Und da muss man sagen, okay, da würde ich auch eher noch einen älteren Spieler noch einen verpflichten, der eben dann als Führungsspieler da Erfahrung auch mit reinholt. Also das wäre auf jeden Fall ein Transfer nicht jetzt tätigen würde, noch einen erfahrenen Spieler verpflichten, der gute Führungsqualitäten hat, der hier wirklich als Chef der Mannschaft vorangeht und dann auch hoffentlich dafür sorgt, dass du in der Champions League in Zukunft besser performt, weil das ist ja das Ziel, was du haben willst, also es ist eben das, was du erreichen willst und da denke ich, habe ich ein paar Sachen dir jetzt genannt und da gehört vor allem auch dazu, dass du einen erfahrenen Spieler im Kader hast. In der Kaderplanung bekommst du von mir 5,5 von möglichen 10 Punkten, weil hier einfach noch viel dabei ist, was man optimieren kann. Es ist jetzt nichts dabei, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt extrem verheerend, aber viele Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall optimieren kann. Das größte Problem ist jetzt die Defensive, dass du da wirklich zu schmal aufgestellt bist und dass du jetzt keinen Führungsspieler, erfahrenen Führungsspieler hast. Das ist auf jeden Fall was, was ich ändern würde und du kannst diese drei Sachen ja mit einer Klappe sozusagen schlagen, indem du einfach einen erfahrenen Führungsspieler auf der Verteidigerposition verpflichtest, dann hast du da schon mal alle drei Punkte ein bisschen verbessert. Also das ist denke ich mal so ein Transfer, den man jetzt tätigen könnte und ansonsten ist das dann alles soweit in Ordnung. Schauen wir uns jetzt mal an, wie du in der vergangenen Saison abgeschnitten hast und da sehen wir, du bist ganz klar Meister geworden, 17 Punkte Vorsprung ein Torverhältnis von 87 Toren plus. Das ist schon richtig stark. Wir gucken auch gleich mal, wie viele Tore du generell geschossen hast. Das sind auf jeden Fall jede Menge, kann ich euch jetzt schon verraten. Wir haben ja schon gesehen, einen Schnitt von drei Toren pro Spiel. Das ist schon nicht verkehrt. Mokoko wurde mit 31 Toren auch Torschützenkönig trotz Zielspieler-Position, obwohl er wahrscheinlich auch häufiger am Flügel war. Das musst du auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben. 7,94 Bewertung hat er und die meisten Torvorlagen hat hier Almada. Aber dahinter hast du noch mit Augusto einen Spieler mit 12 Vorlagen, was auf jeden Fall auch sehr, sehr gut ist. Neunmal, wo du Mokoko-Spieler spielst und tatsächlich auch mit Abstand die häufigsten Spiele ohne Gegentor. Also auch die Defensive hat gestimmt tatsächlich. Auch wenn du viele Tore per Steilpass kassiert hast, hast du insgesamt gar nicht so viel kassiert. Wir gehen mal ganz kurz hier auf die genauen Statistiken an und schauen uns hier die Tabelle nochmal im Detail an. Und da werdet ihr das jetzt nicht sehen. Ich werde die Kamera einmal ändern. Und dann gucken wir hier und sehen, dass du nur 16 Gegentore kassiert hast. Das ist völlig absurd. 103 Tore dafür geschossen. Also das sind schon geisteskranke Statistiken. Dementsprechend auch da die Taktik, die gut funktioniert hat, die Mannschaft, die so gut aufgestellt ist. Also da passt auf jeden Fall trotz allem natürlich sehr, sehr viel. Auch wenn ich ein paar Sachen eben in der Taktik bemängelt habe. Gehen wir jetzt mal auf die Erfolge der letzten Jahre an. Also wir schauen mal generell, wie du in den letzten Jahren gearbeitet hast. Und eine Sache können wir hier schon sehen und zwar sind das die Titel in der Irredevise. Und da hast du in der ersten Saison direkt den Titel geholt. Dann war erstmal eine kleine Pause. Da hat Ajax und PSW sich den Titel geholt. In den letzten beiden Jahren ist dann 400 zurück gewesen. Du hast zweimal die Meisterschaft geholt. Und das ist tatsächlich was, was man eher selten im FM sieht, dass man im ersten Jahr direkt so stark ist und danach erstmal eine kleine Phase hat, um sich nochmal zu stabilisieren, nochmal zurückzukommen. Wie es eigentlich eher in der Realität ist. Meistens ist es so, dass man eine Mannschaft aufbaut und irgendwann ist sie an dem Punkt, wo sie titelreif ist und danach verkauft man wieder einige Spieler. Viele Spieler werden dann immer älter, sind über dem Zenit und man baut eben wieder was Neues mit jungen Spielern auf, bis dann der Erfolg irgendwann wieder kommt, man sozusagen dann die Frühstück nochmal aus der Arbeit ein paar Jahre später dann trägt. Und so ist es bei dir hier gewesen. Wir gehen mal ganz kurz auf die Vereinsinfo und auf die Chronik und dann schauen wir uns hier mal ganz kurz nochmal, wie du eben die letzten Jahre dann abgeschnitten hast. Du bist Meister geworden, danach ging es auf Platz 3, bevor du Vizemeister wurdest und dann ein Jahr, wo es nicht so gut lief, wo du glaube ich auch extrem viel verkauft hast und ab da ging es dann tatsächlich wieder hier bergauf. Platz 4, Platz 2, Meister und jetzt im aktuellen Jahr auch wieder Meister. Und was wir uns auch noch angucken, sind die anderen Wettbewerbe, wie du da performt hast. Wir sehen jetzt, du hast keinen internationalen Titel geholt, das wäre vielleicht auch ein bisschen früher gewesen, auch wenn die Mannschaft mittlerweile so gut ist, dass ich mir einen internationalen Titel sogar mittlerweile vorstellen könnte. Wir sehen aber hier, du hast mit der U19 die Champions League gewonnen, du hast mit der U19 auch zweimal die Meisterschaft gewonnen, also generell sieht man auch hier, wie du eben mit der Jugend arbeitest, dass du eben darauf setzt, dass du eben viele talentierte Spieler auch zu Rotterdam holst und dementsprechend auch die Jugend hier sehr erfolgreich ist. Gucken wir uns jetzt noch ganz kurz einmal die Finanzen an und die Vereinsziele und da sehen wir einmal bei den Finanzen, dass du 284 Millionen Euro auf dem Konto hast, das ist auf jeden Fall sehr viel Budget, für Transfers sind 160 Millionen Euro noch übrig, damit kannst du auf jeden Fall noch einiges machen. Finanziell sieht also der Verein oder ist der Verein auf jeden Fall sehr gut aufgestellt und bei den Vereinszielen sehen wir schon mal, dass auch der Vorstand zufrieden ist, gibt ja eine Zweihärztbenotung, sie sind enttäuscht, dass du den Nachwuchs nicht so gut am Fördern bist, aber da muss man ganz ehrlich sagen, du hast mittlerweile so einen guten Verein, da ist es auch schwierig, Spieler aus dem Nachwuchs mit hochzuholen, du hast noch einen sehr talentierten Spieler im Nachwuchs, habe ich eben gesehen, aber es ist halt wie gesagt schwierig, wenn du einen Weltklasse-Kader hast, dann ist eben schon ein 3-Sterne-Talent ein Spieler, der irgendwann ein Weltklasse-Spieler wird, das muss man auch immer wirklich bedenken, wenn man später so erfolgreich ist, dass viele Talente aus dem Kader, die vielleicht auch nur 3 Sterne haben, trotzdem sehr, sehr gute Talente am Ende sind, vielleicht sollte man da viel mit Laien arbeiten, aber es ist natürlich schwierig, da den Nachwuchs so zu fördern, sie sind begeistert auf jeden Fall mit deinem Spielstil, da muss man auf jeden Fall sagen, dass alles sehr gut aussieht, namhafte Spielerverpflichten ist jetzt so ein Ziel, was du hast, würde auch dazu passen, dass du eben einen erfahrenen Innenverteiger holst, der in Europa eine gute Reputation hat, also das könntest du damit hier auch nochmal verbessern, natürlich ist hier noch kein Urteil, weil die Transferphase erst begonnen hat, Gehaltsbudget ist auch momentan auf Kurs und die Erfolge für die kommenden Saisons, da kann man natürlich momentan noch nicht viel sagen, in der vergangenen Saison hast du es natürlich auf jeden Fall geschafft, weil du natürlich auch die Meisterschaft geholt hast. Wir haben uns jetzt den sportlichen Erfolg, den finanziellen Erfolg und auch die Zufriedenheit des Vorstands angeschaut, diese drei Aspekte fallen jetzt unter den Reiter Erfolg, wie erfolgreich du eben gearbeitet hast und da muss man sagen, dass das Ganze sehr gut aussieht, du hast dir eine oder andere Meisterschaft geholt, ich glaube drei Meisterschaften aus acht Saisons, das ist auf jeden Fall sehr ordentlich, du bist oder der Vorstand ist recht zufrieden mit dir und dementsprechend gibt es 8,5 von 10 möglichen Punkten. Somit kommst du auf 30 von möglichen 40 Punkten, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis, dein Save ist auf jeden Fall auch ein Save, der sehr gut läuft und da muss man auch ganz klar sagen, dass wir hier natürlich das Ganze probieren ein bisschen kritischer zu sehen, um einfach noch ein bisschen Luft nach oben zu lassen, um einfach mehrere Saves eben miteinander zu vergleichen und da nochmal im Detail zu gucken, okay, wo ist der andere Save vielleicht noch ein bisschen besser. Das Ganze ist jetzt auch heute erstmal ein Pilotprojekt gewesen, ihr müsst mir auf jeden Fall in die Bewertung mal reinschreiben oder in die Kommentare mal reinschreiben, wie ihr das Format findet und was ihr noch verbessern würdet, weil wir auf jeden Fall hier noch ein paar Sachen verbessern müssen, alleine, dass das Video so lange ist, ist glaube ich ein Punkt, wo man sagen muss, da müssen wir gucken, dass wir das Ganze noch ein bisschen kürzer hinbekommen, ansonsten will ich auf jeden Fall in Zukunft hier auch noch ein bisschen das Grafisch dann untermalen, das schaffe ich jetzt leider nicht mehr, weil ich jetzt auch in Urlaub bald gehe und dementsprechend dieses Video ein bisschen schneller online kriegen muss, deshalb werden wir das Ganze jetzt erstmal nur so hochladen, aber hier wird auf jeden Fall noch dran gearbeitet, hier werde ich noch ein bisschen was verbessern, ihr habt mir auch im letzten Video übrigens geschrieben, dass das ein Video ist, wo drauf ihr gewartet habt, also wenn ihr Videos habt, die ihr gerne sehen würdet, schreibt mir auch das in die Kommentare, gebt mir viel Feedback, Feedback ist unfassbar wichtig, damit ich mich hier verbessern kann und genau das bringen kann, so wie ihr es wollt und das eben, was ihr auch sehen wollt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, bis dann Freunde, Ciao!